Hey Leute und willkommen zu einem neuen Part der Pogofeuerroth-Naslog-Challenge. Im letzten Part sind wir hier in Lavandia wieder angekommen, denn wir haben im letzten Part das Team Rocket Hauquartier, ja, sagen wir mal ausgeräuchert. Wir haben jeden Rüppel darin besiegt und den Boss sogar konfrontiert und ebenfalls geschlagen, den lieben Giovanni-Freunde. Und dafür haben wir das Silphscope bekommen und außerdem die VM-Fliegen, die es uns jedenfalls ermöglicht hat, hier ganz schnell wieder nach Lavandia zurückzukehren und ich werde mal kurz wieder Pokémon austauschen. Und zwar werde ich Lavies-Figure kurz reinnehmen und dafür Dora wieder auf die Box verbannen. Man muss das übrigens genauso aussprechen. DORA! Ja, wie dem auch sein. Wow, das Retardness-Level ist schon mal richtig hoch hier in der Folge. Gut, Freunde, wir gehen in den Lavandia-Turm, in den Pokémon-Turm, denn durch das Silphscope können wir nun auch die besessenen Geister hier blicken und das wird ziemlich interessant werden. So, welches Pokémon schlecht nach vorne? Ich würde sagen Turtle, weil hier viele Geist-Pokummen sind und wir könnten Nebulak fangen. Wenn ich aber nicht fangen, weil wir können es ähnlich zu Gänge entwickeln und ich habe darauf keinen Bock. Na ja, selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man will nur sich das Silphscope, um sie zu erkennen. Ich weiß, ich rede unglaublich behindert, aber ich spreche die Exorzisten irgendwie gerne so. Und wow, ist das alles neblig. Krasser Scheiß. Ja, der Pokémon-Turm, Freunde, der Pokémon-Turm. Und da ist direkt das erste Will-The-Pokémon. Das ist, wie gesagt, ein Nebulak, das ich jetzt einfach wegrotzen werde, weil ich es eh nicht benutzen werde. So, und wir haben hier ein Fluchtseil gefunden. Sehr gut. Oh mein Gott, sie hat mich gesehen. Richtiger Ghost. Krasser Scheiß. So, was haben die aber mal einen Blick getroffen, Alter? Trudlinde. Du bist ja schon mit dem Namen fürs Leben gestraft. Trudlinde. Stark. So, Nebulak. Bämms. Der Biss mit dem Schattenglas erfüllt seinen Zweck und Nebulak darf sich verabschieden. So, wir haben gegen Trudlinde gewonnen. Und sie erlöst, ja. Bedeutet, die Leute, die wir nicht bekämpfen werden, die werden alle für immer besessen bleiben. Naja, das müssen wir dann wohl in Kauf nehmen. Nein, Spaß, weil wir werden ja natürlich alle plätten. So, du bist die Nächste. Verschwinde, böser Geist. Okay. Büss. Auf Wiedersehen, Nebulak. Der heißt Walburga. Okay. In meiner Klasse, in meinem Pädagogik-Kurs ist auch eine, der heißt Walburga. Interessant. Ich weiß, richtig uninteressant, aber... Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich seltener Name. Und ich finde es ganz lustig, den mir in einem Pokémon-Spiel zu sehen. Anastasia. Oh mein Gott, wir haben Anastasia aus Fifty Shades of Grey. Sie, Gott sei Dank. Wieder mal ein Gewaltakt gegen einen, meiner Meinung nach, wirklich sehr furchtbaren Film. So gehört sich das. Weiter geht's. So, du bist die Nächste. Pokémon-Turm-Ebene 2. Ich verfluche dich. Das ist eigentlich total creepy, was hier abgeht, aber ich kann es irgendwie nicht ernst nehmen. Ich weiß, ich bin ein furchtbarer Storyteller. So, auf Wiedersehen, Nebulak. Und noch ein Nebulak. Auf Wiedersehen. Gut, gut. Wir haben Bierzebe, ihr habt aber auch Namen, Alter. So, ein Elixier. Lass mich in Ruhe. Ich denke ja nicht dran. Ja, Freunde, das wird jetzt eine ganze Weile so weitergehen, wie wir die ganzen Exorzisten bashen und sie von den Geistern befreuen. Wir haben einen Aufwecker gefunden. Wir haben mal kurz ein paar random Items hier einsammeln, die wahrscheinlich alle nichts bringen. Aber, hey. Wir haben einen Superball gefunden, dass du auch was schönes. So. Was hast du denn dabei? Ein Geist. Weißbrot. Nein. So, Nebulak, Level 24. Zeig, was du kannst. Oh, du kannst gar nichts. Schade aber auch. So. Noch jemand hier, den ich vergessen habe? Offenbar nicht. Gut, dann gehen wir jetzt auf die nächste Ebene. Was ist das dann schon? Ne, es gibt doch einmal noch so eine Heilebene. Genau, da ist diese Heilebene. Ich wollte schon sagen. Na? Es gibt kein Entkommen. Gott. Ah, ich gehe wieder voll ab in den Partner. Ich weiß. Danke, Freunde. Vielen, vielen Dank. So. Eine Herausforderung von Exorzisten in the Roof. Und wow, so ein Nebulak, wenn du damit gerechnet hast. Welch ein Albtraum. Na, willst du noch irgendwas sagen? Ich war verhext. Na ja, ist klar. Wir können einfach abkürzend da durchgehen. Gib mir deine Seele. Ich gebe dir höchstens einen Klatsch ins Gesicht. Mehr nicht. Oh, das ist ein Apollo. Wow. Next Level Play. Bringt aber auch nichts. Und vorne, Todog Level, äh, Todog. Schöner Level 33. Krass und du scheinst nicht verflucht zu sein. Du hast einen geschützten Bereich getreten. Die Pokémon wurden geheilt. Oh, wie nett. Komm her. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Expelliarmus. Ich meine, Schutzwand. Gut, das werden wir auch keinen geben. Ich finde es cool, dass, äh, hier die Mitte von den Bandkreisen wie aussehen wie ein Pokéball. Und die Ränder auch. Sehr interessant. So, machen wir mal weiter. Ähm, nö, 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 Zombies. Jetzt machen wir auch hier. Okay, jetzt sind wir noch bei The Walking Dead angekommen. Interessant. Jetzt haben wir alles mögliche durch, Freunde. Jetzt haben wir hier Geister durch. Leute, die meine Seele haben wollen, Exorzisten an sich, um denen auch noch Zombies. Was mag da noch kommen? Büss. Goodbye. So. Dann, dann, noch ein Ebulak. Ich frage mich, Freunde. Das wäre ein bisschen ungünstig, wenn die uns hier jetzt sehen würde. Wenn die uns jetzt hier so angucken würde. Ich glaube, die dreht sich nicht nach links, weil dann würden wir uns hier quasi einsperren. Egal. Mareike rotzen wir auch noch weg. Bams. Auf Wiedersehen. So, ich glaube, dann haben wir auch hier in der Ebene wieder alle erledigt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Ebene kommt noch und dann kommt der besagte Geist, der die alle verflucht hat. So, der Pokumotur, es geht weiter. Ich, ich weiß, ich... Oh, ich brauche Blut. Vampire, Vampire habe ich ganz vergessen, Freunde. Die haben wir natürlich jetzt auch noch hier. Wow. Ähm. Ja, was wollte ich sagen? Ich, ich, ich mache die ganze Atmosphäre hier kaputt, ne? Ich weiß, es ist eigentlich richtig, es soll richtig creepy sein und ich mache hier so eine Scheiße daraus. Ja, Freunde, ich kenne mich doch nicht anders. Und wenn man ein X-Treffer bekommt, das muss man die ganzen X-Items verkaufen, die werde ich niemals benutzen. So, noch ein Nebula, Clem 19 ist gar nicht so übel, aber wenn ich mir trotzdem nicht mitnehme. Das ist bestimmt richtig praktisch für die Entwickler gewesen, wenn ihr einfach mal kein Text mehr für die Textbox eingefallen ist. Einfach überall einsetzen. Und ich glaube, du bist die letzte? Fragezeichen? Wäre cool. Ja, und auch da wieder haben sich die Entwickler wieder schön viel Müll und Arbeit gespart. Ah, schön. So, 34 haben wir erreicht, Freunde, Hannelore haben wir besiegt. Wow. Noch zwei Level, dann ist es geschafft. Und da ist noch ein Item. Und Freunde, dann ist es soweit. Wir haben einen Sonderbomben erhalten. Alter! Auf welchem Level ist... Äh, 34! Ey, wir machen jetzt aus Sherlock Schnellen Totalk, was los? Kommt Sonderbomben, oder nicht? Aber ist das vielleicht ein bisschen billig? Ist das vielleicht ein bisschen billig? Vielleicht ist es das. Nein. Nein, nein. Schnellen Totalk ist mein cooles Buch. Das ist mein Lieblingsbuch, das muss ich selbst trainieren. Das mache ich nicht in Sonderbomben. Und jetzt, Freunde, jetzt kommt's. Verschwindet! Halt rein! Boah, meine Stimme war richtig abgekratzt. Egal. Oh mein Gott! Der Geist taucht auf! Der Sipscope hat den Geist identifiziert. Oh mein Gott! Der Geist war Knogger! Ich weiß gar nicht, kann man dieses Knogger eigentlich fangen? Ich glaube nicht, ne? Egal. Wir haben auf jeden Fall einen Aquaknogger rein. BIMMS! Wow. Die macht echt wenig Schaden. Energiefokus. Okay. Das Ding baited auf den Crit. Vielleicht bekommen wir den Crit-Aid, das wäre auch ziemlich cool. BIMMS! Okay, leider nicht. Und Kopfnuss. Aber tanken wir. Und kein Crit, das bedeutet, auf Wiedersehen, Knogger! Goodbye! Bye! Bye! Tate 1131 EPI! Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits zurückgekehrt. Oh, richtig cool gemacht, Freunde. Richtig. Der Pokémon-Turm ist wirklich einer meiner Lieblingsstellen. Auch wenn ich jetzt das so richtig albern dargestellt habe, ja? Aber es ist wirklich eine meiner Lieblingsstellen in dem Spiel. Da kapselt sich Pokémon einfach von diesen Kindern und spielt einfach so ein bisschen ab. Und wirklich beschäftigt sich hier mit Tod und so weiter. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich will ganz kurz gucken, wie ich das schon aufgenommen habe. Äh, 8 Minuten. Okay, gut. Dann habe ich noch genug Zeit, die nächste Etappe zu machen. Dums der Pokémon-Tour. Ja, wir haben ja schon gehört, Freunde. Mr. Fuji wurde ja schon länger nicht mehr gesehen. Äh, wow. In diesem Pokémon-Haus. Und ja. Team Rocket ist hier, Freunde. Was mag das nur bedeuten? Ganz einfach. Mr. Fuji ist hier gekidnappt worden. Also, Bash wird die Rüppel weg. Was willst du? Warum bist du hier? Ich frage mich irgendwie am Gachimkehra. Die haben bestimmt ein paar Kopien vom Silves Copen im Jan. Ja, still auch rotz das Zubar einfach bitte weg. Danke sehr. Wobei ich könnte das eigentlich auch nutzen, um Philipp noch ein bisschen zu trainieren, ne? Komm, machen wir das jetzt. Da kommt jetzt gerade so ein schönes Golbert rein, dass er will geschlagen werden. Böms und wow. Wie es einfach ums Verrecken nicht reicht. Komm, bitte trifft ihr jetzt nicht selbst. Selbstverständlich. Wie konnte ich es auch? Ich bin so naiv. Flügelschlag macht nicht viel Schaden. Yay. Und wir sind wieder verletzt. Und wir treffen uns wieder selber natürlich. Und du gehst auf Bills und es war ein Crit. Was ist hier los? Verwirrung selbstverletzt. Verwirrung selbstverletzt. Crit. Was kommt als nächstes? Super. Ich riskiere hier aber nichts mehr. Nicht so wie bei Mockingjay. Okay. Wir sind immer noch verletzt. Und wir treffen uns schon wieder. Philipp, du bist dumm wie Brot. Tu mal etwas. Komm, nochmal. Okay, wir sind wieder verletzt. Das ist unfassbar. Treffen uns auch mal selber. Nein. Okay. Gott sei Dank. Okay, ich hab mir das erledigt. Und... Nächster Trainer. Das werde ich dir nie verzeihen. Okay. Soll mir egal sein. Das ist eher so, als würde ich ihn anbeten, als ob das ihren Meister wäre. Da war so ein alter Knacker, der überhaupt ist, dass wir mit Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Eigentlich nicht. Ich glaube, die wird schon niemand hören, oder? Nun gut. Du schickst Smogon in den Kampf. Da bleiben wir mal drüben. Okay, der Wack-Wack-Knacker, auf Wiedersehen, Smogon. Okay, das reicht nicht mal. Das ist klar, aber egal. Die ist abknarre, würde ich rausnehmen. Auf Wiedersehen. Und was ein Traumato? Wir haben ja Schattenglas, Freunde. Und bis wir dann guten Schaden machen. Reicht eigentlich zum Mann. Wir kommen leider auch kein Flinsch. Und Giftwolke trifft, bedeutet unser Schillock ist vergiftet. Und meine Kamera möchte immer wieder nicht fokussieren. Ich liebe es. Okay. Und noch ein bisschen, auf Wiedersehen, Traumato. So, was bedeutet, äh... Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten heraus. Boah, was für ein Hurensohn. Man kann es ja nicht anders sagen, ne? Aber wow. So, okay. Und der Letzte. Du weißt niemanden retten. Naja, ich habe bis jetzt die Seele eines Knoppers gerettet. Um die 10 Mönche, die offenbar verhext wurden. Also bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit meiner Bilanz, doch. Aqua-Knorro, das war ein Crit hier, ey. Und das war ein Zubat. Also Philipp muss wieder ans Werk freuen, ne? Boah, auf Wiedersehen. Und ein Radfratz. Das darf, wenn wir Turtle machen. Turtlebau, alle EPDs bekommen können. Und es reicht natürlich mal wieder um. Es verreckt nicht. Boah. Und zu guter Letzt, ein Radikal. Das dürfen wir auch im Alleingang bewältigen können. Riemass. Okay, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass gleich der Hyperzahn-Crit kommt. Deswegen heile ich mich hier mal kurz hoch. Jetzt ist es auch egal. Und mit einem Biss nehmen wir es raus und erreichen Level 35. Ich freue mich noch ein Level und wir haben ein wundervolles Tourtalk. Oh yeah. Du wirst nicht ungestraft davon kommen. Ja. Na ja, das werden wir sehen. Ey. Lebulot, was los mit dir? So. Hallo, ich bin Mr. Fuji. Äh, was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragostos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die Ewige... Die Seele des Knogger, die Seele des Knogger. Die Seele des Knogger. Vielen Dank.